Ja, hier die Schützenkompanie Meran aus Südtirol. Was wäre Tirol ohne seine Schützen? Bei allen Umzügen sind sie mit dabei. Kaiser Maximilian I. hat das Schützenwesen in Tirol im 16. Jahrhundert stark gefördert. Die Tiroler hatten eine Sonderstellung. Die mussten keine Truppen fürs Herstellen, aber mussten ihre Grenzen selber verteidigen. Jan Jammadi.